und in der gelben buchten geräumten 30 meter bischler aus der hose und jetzt dazu bleiben wir empfungen mit dem cube con elpin damit jetzt kommen wir zu einem kleinen ja special video kann man fast schon sagen denn heute ja genau heute ja am 18.8 jahr 2015 ja auch 2016 ja auch 2014 hat der liebe ob sie in spark aka ob sie geburtstag und ich habe mir nacht ich mache einfach mal so ein kleines video an den kuchen übrigens nicht ich nicht nicht ich gebaut ich einen coolen gebaut aber ich habe ja leider kein game und mehr auf jeden fall wünsche ich dir lieber obsidian spark oder lieber ob sie von ganzem herzen ohne spaß alles gute und liebe und viel glück gesundheit kann aber erst mal halt alles zum geburtstag wünscht so was man einfach nur so als floskin sagt wünsche ich dir auf jeden fall zu deinem mittlerweile jetzt darf ich nicht das falsche sagen seinem 17 geburtstag und ja das heißt da du ja gerade in führerschein macht es sogar schon mit deinen eltern grusen kannst auf den straßen deutschland und ja das sagt mir auf jeden fall davon haben bescheid dann sie schon mal meinen vollschutz anzug an somit airbags überall so nicht dass nämlich irgendwie umfährt oder so ne spaß wo seid ihr auf jeden fall alles gute zum geburtstag und geht auf jeden fall zu dem lieben obsi auf twitter rüber und schreibt dem auch mal alles gute zum geburtstag und ähm ja ansonsten bleibt einfach so wie du bist einfach ein richtig cooler freund auch wenn wir nicht immer sage ich mal oder was heißt nicht immer wir nicht immer cool zusammen manchmal ein bisschen streit aber das ist ja in der freundschaft ganz normal und ja ich hoffe wir sehen uns bald irgendwann mal keine ahnung ich hoffe irgendwann nächstes jahr sehen wir uns dann mal und machen mal ein bisschen checken die bitches zusammen aus wäre auf jeden fall ziemlich cool und ansonsten bleibt noch zu sagen feier schön deinen geburtstag und natürlich auch verheirat halber an alle die heute auch zu feier geburtstag kam schreibt das gerne in die kommentare alles gute zum geburtstag und ansonsten für alle die die jetzt immer noch dran sind schaltet ab ne spaß ich werde das ganze jetzt mit meinem headset mikrofon aufnehmen und mal schauen wie da die qualität ist weil ich eigentlich nur noch mit dem headset mikrofon auch rede und im ts bin und so und immer schauen wie da die qualität ist schreibt das gerne in die kommentare ob ihr da irgendwie unterschiede hört oder so und da würde ich sagen genießt den tag feiert zusammen mit ob sie geburtstag schau